Ja, wir beginnen mit den Kurznachrichten zu Corona. Eine Ärztin stellt in Österreich die Behauptung in Frage, die Kinder hätten die Großeltern angesteckt, sozusagen. Ja, sie sagt, ja, es ist eher wahrscheinlich, dass Kinder eher nicht infektions sind. Und letztendlich dann, die Großeltern hätten sich dann letztendlich ja das Virus woanders herbekommen haben dürften. Denn Kinder, ja, ich glaube, sie geht eben davon aus, dass Kinder nur selten infektiös sind. Denn Kinder können zwar dem Virus begegnen, aber, ja, selten andere anstecken. Ja, also sie legt Wert darauf, dass es eben einen Unterschied zwischen infiziert und infektiös gäbe. Interessanter Gedanke, denn diese Ärztin wurde entlassen, weil sie eben so der, ja, letztendlich sozusagen wahrscheinlich dieser Grundidee, Kinder, ihr seid schuld daran, wenn eure Großeltern krank werden, dass sie dem vielleicht nicht vorbehaltlos letztendlich zugestimmt hat, sondern dass sie eher vermutet, wohl offensichtlich, so ganz klar war das nicht mit dieser Sendung, dass sie eben eher vermutet, nein, die Großeltern haben das irgendwo anders herbekommen und dann wird das den Kindern in die Schuhe geschoben sozusagen und dann werden denen Schuldgefühle gemacht. Na ja, auf jeden Fall interessanter Gedanke. Also die Frage, wie weit können Kinder überhaupt infektiös sein, wenn sie so wenig von dem Virus in Mitleidenschaft bezogen werden, können sie dann, obwohl das Virus ihnen praktisch nichts tut, können sie dann trotzdem großartig infektiös sein. Naja, interessanter Gedanke jedenfalls, kann man sich mal mit beschäftigen. Ja, und dann sozusagen, bevor die Tagesthemen drankommen, machen wir nochmal eine Kurzschau. Also, oder vielleicht passt das auch direkt zu den Tagesthemen, schauen wir mal. Also, die gefährlichen Irrtümer von Markus Krall, Hans-Werner Sinn, Ken F.M. Attila Hildmann, Xavier Naitoulou und der Gemeinwohlökonomie, Christian Felber, sozusagen. Ja, wo liegen die zentralen Irrtümer? Man erkennt nicht, dass alle Probleme ein Systemfehler sind. Freier Markt und freie Arbeitsteilung alle Übel der Welt geschaffen haben. Markus Krall und Hans-Werner Sinn und Christian Felber sehen nicht, dass schon im freien Markt und in der freien Arbeitsteilung dieser Grundfehler liegt. Und Ken F.M. und Attila Hildmann und Xavier Naitoulou machen den großen Irrtum, dass sie denken, nein, es ist kein Systemfehler, es sind böse Menschen mit bösen Plänen und bösen Absichten. Und das ist der sogenannte verschwörungstheoretische Irrtum, sozusagen. Ja, aber das Ganze ist einzig und allein ein Systemfehler. Es ist ein Menschheitsirrtum, freien Markt und Arbeitsteilung und freie Arbeitsteilung jemals für harmlos gehalten zu haben. Ja, dann schauen wir uns genau dazu passend nochmal ganz kurz die Geschichte der Menschheit an und die Geschichte des Universums. Ja, also, vor 13,8 Milliarden Jahren, vor 10 Milliarden Jahren, vor 5 Milliarden Jahren, Urknall, Entstehung Sonnensystem, Entstehung Galaxie, Entstehung Sonnensystem. Vor 4 bis 3 Milliarden Jahren, Aufkommen von DNS, also sich reproduzierenden Molekülen sozusagen, also das, was wir Leben nennen. Ja, so, dann vor, ja, machen wir einen Riesensprung bis vor 65 Millionen Jahren. Wir wechseln jetzt also von Milliarden, also tausendmal eine Million, auf 65 Millionen Jahren. Aussterben der Dinosaurier, Kometeneinschlag sozusagen, Aufstieg der Säugetiere und dann ziehen wir das Ganze auf und sind bei 13,8 Millionen Menschenähnliche, Baumbewohner, Gorillaartig, mit Eckzehen gewalttätig, Rivalenkampfgewalttätig, dann hier so allmählich aufrechter Gang, Erfindung des aufrechten Gangs. Vor 4 Millionen Jahren verschwinden der Eckzähne, die für Gewalt und Rivalenkampf als Waffen stehen sozusagen und dann vor 2,5 Millionen Jahren Erfindung von Technik, Stein, Hämmer, Stein, Messer sozusagen und dann vor, ja, hier irgendwann dann Felllosigkeit, also wir wurden zum zweiten, dem Savannenbonobo, dem zweiten Bonobo, Felllos mit den Technikhänden, wegen des aufrechten Ganges, reine spezialisierte Technikhände, dadurch immer größer wachsendes Gehirn und wir haben dann vor 400.000 Jahren eigentlich hier, also vor 400.000 Jahren den perfekten zweiten Bonobo, Felllos großes Gehirn aufrechter Gang, also hier irgendwo, hier vielleicht vor 13,8 Millionen Jahren dann, so und dann haben wir hier vor 400.000 Jahren den nackten Bonobo aufrechter Gang, großes Gehirn, Technikhände und dann erfindet dieser aufgrund der Größe des Gehirns den Tausch und den Tauschhandel und den freien Markt und die freie Arbeitsteilung und hat bis heute nicht verstanden, dass er sich damit selber das Genick gebrochen hat. Trotz des freien Marktes und freien Arbeitsteilung kommt es dennoch noch zu einem Anstieg der Körpergröße und der Gehirngröße bis hin zu 1500 Milliliter, sozusagen 1,5 Liter Hubraum, große Intelligenz und vor 30.000 Jahren aber kippt das Ganze, weil freier Markt und freie Arbeitsteilung immer, immer schädlicher wurden für uns, sodass wir dann über Ackerbau und Viehzucht degenerierten, sodass wir heute nur noch 1350 Milliliter Gehirnvolumen haben, also Intelligenz verloren haben, Gesundheit, Vitalität und Körpergröße verloren haben, durch so schädliche Erfindungen wie Ackerbau und Viehzucht und dann die Seuchen gekommen sind und wir entwickeln uns jetzt eventuell immer weiter zurück, immer kleinere Gehirne, immer dümmer, immer größere Intelligenzmangel und bis wir alle irgendwann vielleicht am Rollator dahin schleichen, voll von Krankheiten, von Zivilisationskrankheiten, Ernährungskrankheiten, lebensstilbedingten Krankheiten und so weiter und wieder völlig degenerieren, sozusagen, auf eine andere Weise, ja, denn diese waren ja hier topfit, aber wir dann am Rollator sozusagen als degenerierte Art. Ja, wenn wir jetzt nicht hingehen und eben sagen, okay, jetzt haben wir begriffen, das Ganze ist ein Systemfehler, freier Markt und freie Arbeitsteilung, zerstören unser Leben, ja, zum Beispiel hier, erste Früharzt und Frühhändler in der Wahrheit und dieser hier nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion irrt sich, sagt, ach, nö, Leute, ihr könnt ganz ruhig die moderne, denaturierte Nahrung essen, auch braucht ihr keinen natürlichen Lebensstil beizubehalten, warum, ihr werdet krank, nur weil es da so allmächtige Tierchen gibt, die man später Viren nennen wird und die sind die eigentlichen Killer, nicht die Ernährung, nicht der Lebensstil, ja, und außerdem euer ganzes Geschwuse, das ist die Krankheitsursache, euer ständiger Bonobo-kommunistischer Sex und Liebe und Körperkontakt, das infiziert euch, das macht euch krank, das ist ekelhaft und widerlich und so weiter, ja, und dadurch redet er die Leute in die Krankheit hinein, in einen unnatürlichen Lebensstil, ja, die Männer, ja, und was passiert, paradoxerweise hat unter Bedingungen von freiem Markt und freier Arbeitsteilung genau der, der sich irrt, kann zwei Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel ernähren, wird der Vorfahre von Drosten, Wieler und Lauterbach und ähnlichen, und seine Irrtümer erweisen sich als Vorteilbringend und werden zu den standardmäßigen Vorteilbringenden Irrtümern seiner Branchen sozusagen, ja. Ja, und das hat jetzt dann riesige Folgen, ja, dass sozusagen die, die sozusagen, ja, gucken wir es uns erstmal hier an, das sind sozusagen Bonobo-kommunistische Kommunen sozusagen, und jetzt passiert dann Folgendes, die Männer hören auf, alles den Frauen und Kindern zu schenken, wie das Bonobos heute noch tun, weil sie fühlen sich nicht mehr geliebt in den Kommunen, die Kommunen zerfallen, der Bonobo-Kommunismus zerfällt, Monogame-Kleinfamilien sind am Ende das Endprodukt über die Großfamilien, kommt das zu den Kleinfamilien, die Männer machen ihr Ding, sie werden machtsüchtig, akkumulationssüchtig, ja, schenken eben nicht mehr alles den Frauen und Kindern ihrer geliebten Kommune, und die Töchter, die wandern auch nicht hier in die Nachbarkommunen ab und lieben sich dann in die Nachbarkommunen ein, all das natürliche, unsere natürliche Lebensform wird zerstört, aufgrund von freiem Markt und freier Arbeitsteilung, ja, die letztendlich werden, da entstehen dadurch unsere geliebten Milliardärskönige, Journalistenkönige, Politikkönige, die alle aber unglücklich sind, weil sie zwar viel Geld haben und viel Macht haben, aber eigentlich fehlt ihnen allen der Bonobo-Kommunismus als Glücksquelle sozusagen, und jetzt führen dann eben die, jetzt suchen die Next Scientists for Future eben, einen, vielleicht haben sie ihn schon gefunden, aber einen intelligenten Politikkönig oder Journalistenkönig oder Milliardärskönig, und der das Ganze versteht und der dann sagt, ja, wir müssen Leute weltweit, wir müssen die Wohlfühl von den Next Scientists for Future.de, die die Wohlfühlstimmen, die Gesundheitsdaten, die Langlebigkeitsdaten, die Wirtschaftswundertaten und viele andere kleine Steuerelemente in 20 Reformen einführen, so dass wir dann durch ein planwirtschaftliches Schutzdach die Gefährlichkeit von freiem Markt und freier Arbeitsteilung endgültig beenden, die Schädlichkeit, ja, weil dann sozusagen nur noch Wahrheiten sich als vorteilbringend erweisen werden und dann in kürzester Zeit die Menschheit sich von den vorteilbringenden Irrtümern befreien kann. Alle Menschen dürfen wieder glücklich leben, die Hausarztkommunen lehren den Menschen gesundes, glückliches Leben sozusagen und irgendwann fangen erste Menschen freiwillig, wenn sie Lust dazu haben, wieder an, zu experimentieren mit Bonobo-kommunistischen Kommunen und dann kommen die Milliardäre aus aller Welt nach Deutschland und probieren mal zu Besuch zu gehen, zu solchen Bonobo-kommunistischen Kommunen und wenn sie sich dort saubwohl fühlen und fangen sie auch dann wieder an, alle ihre Milliarden den geliebten Frauen und Kindern ihrer geliebten Kommune zu schenken sozusagen und dadurch geht die Schere zwischen Arm und Reich wieder zusammen und alle leben glückselig und pazifistisch sozusagen wieder und alle Staaten der Erde werden pazifistisch, man kann auch die letzten Formen der Miniraketenabwehrriegel an den Landesgrenzen sozusagen abbauen dann und ja, und wir alle werden wieder eine pazifistische, glückliche Erde bekommen, werden vielleicht unsere Staaten noch behalten, wir brauchen uns also wahrscheinlich über die Vereinigten Staaten von Europa, United States of Europe und die Sprache Englisch und so weiter auch keine Gedanken zu machen, weil dann eben die Staaten sowieso relativ unwichtig werden, die werden nur gebraucht, um die Wohlfühlstimmen, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten und so weiter damit umzugehen, sodass also wenn, solange wir noch, also Tauschhandel, also freien Markt, freie, also Markt und Arbeitsteilung noch haben, dass wir die gezielt lenken können über die staatlichen Stellen, über das statistische Bundes- und Wahlamt Wiesbaden in Deutschland und in den anderen Ländern die vergleichbaren Ämter und dann werden die Staaten immer unwichtiger sozusagen und ja, ob wir jemals dann, es kann ja dann sogar passieren, dass wir irgendwann, was sich aber, ja, die Frage ist, ob das so wahrscheinlich sein wird, denn wenn wir hier in einer Kommune 120 Individuen haben, in den Nachbarkommunen auch jeweils 120 Individuen, also Menschen haben, die Frage ist, ob man wirklich dahin gehen wird, dass man generell Arbeitsteilung und Markt aufgeben wird und deswegen dann auch Geld aufgeben wird und so weiter, das würde ja bedeuten, dass dann jedenfalls diese 120 oder die 120 plus die Umliegenden sozusagen, sagen, nee, eigentlich müssten die 120 in einer Kommune ja selber alles herstellen, was überhaupt Menschen noch kaufen oder haben wollen, eben nicht kaufen, sondern dann geschenkt bekommen innerhalb der Kommune oder so, aber 120 Menschen reichen die wirklich, wird das wirklich so sein, dass wir, wir werden natürlich einen riesigen Rückgang der Konsumsucht haben, ja, aber werden die Leute wirklich von im Moment, was weiß ich, 10.000 Produkten, die sie im Haushalt haben, werden die Menschen wirklich runtergehen auf, sagen wir mal, 120 Produkte, wird das wirklich so weit runtergehen oder eben nicht? Und, also wir lassen das einfach mal völlig offen, wie weit die Menschheit Markt- und Arbeitsteilung eben dann gelenkt und durch planwirtschaftliches Schutzdach gelenkt und gesteuert, Markt- und Arbeitsteilung und eventuell Geld behalten will und möchte. Auf jeden Fall sind dann alle Menschheitsprobleme gelöst, weil ja auch alle Firmen oder so alle maximalen Umweltschutz praktizieren werden, weil die Wohlfühlstimmen entscheiden über die Verdienstzuschläge. Es gibt nichts mehr zu verdienen, außer man steigert das Wohlfühlen der Mitmenschen. Ja, und nebenbei muss auch noch der dritte große Irrtum der Menschheit aufgegeben werden, dass, also nicht nur, wir müssen von dem Irrtum wegkommen, freier Markt und freie Arbeitsteilung seien positiv. Das ist der große Irrtum. Den Verschwörungstheoretikern kann man noch sagen, dass sie von dem großen Irrtum wegkommen müssen, dass sozusagen, ja, letztendlich nicht freier Markt und freie Arbeitsteilung die Ursache allen Übels sind, sondern böse Menschen die Ursache allen Übels seien. Böse, kriminelle Menschen. Und der nächste gewaltige Irrtum ist der Gedanke, alle Kinder, die geboren würden, seien alle Genies. In Wirklichkeit ist die Evolution so, dass sie ein grausames Lotteriespiel spielt und dass es ganz normal ist, dass Kinder mit kleinen Gehirnen geboren werden und Kinder mit großen Gehirnen. und dass wir deswegen unbedingt darauf achten müssen, wie wir damit ganz gezielt damit umgehen, dass wir in unserem Lande sozusagen, ja, möglichst viel kluge Erfinder und Arbeitsplatzschaffende sozusagen haben sollten und nicht zu viele von denen mit den kleinen Gehirnen, die eher eine Belastung für jede Gemeinschaft selbstverständlich sind, ja. Also Realität. Evolution ist ein grausames Spiel, das systematisch Ungleichheit erzeugt und diese, all diese Illusionen rund um Gleichheitsvorstellungen, die müssen wir aufgeben. Ja, und das ist es dann eigentlich schon, also sozusagen, bin mal gespannt. Also unser Ziel ist, wo sind die Milliardärskönige? Ja, Weltrat, World Council, Next Scientist for Future, wo sind die Milliardärskönige? Die Tagesthemen haben wir hiermit abgedeckt. Wo sind die Milliardärskönige, die genau, die Politikkönige, Journalistenkönige, wo ist Markus Lanz, die genau das verstehen können? Diese Kurzerklärung der Menschheitsevolution? Ja, und die eben eine tausendmal glücklichere, tausendmal gesündere, tausendmal langlebigere, tausendmal wirtschaftlich erfolgreichere Zukunft für sich wollen und das denken können und Naturwissenschaft verstehen können. Tschüssi, bis bald! Tschüssi!